Hi, ich bin Max, ich mache eine Ausbildung zum Tischler bei der Tischlerei Gieson-Liewelt in Dortmund-Homburg. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Ja, ich fühle mich sehr wohl in dem Betrieb, da das Arbeitsklima sehr, sehr, sehr entspannt ist und das Team extrem cool ist. Genau, ich stehe jetzt hier gerade bei uns im Bankraum, wo wir die Arbeiten machen, die nicht mit der Maschine zu tun haben. Also, ich habe mich vor drei Jahren hier beworben, da ich Lust hatte, was Kreatives zu machen. Auch irgendwas, wo ich nach Feierabend sehe, was ich den ganzen Tag lang gemacht habe. Irgendwas habe, was ich anfassen und sehen kann. Ich habe mich hier beworben, da der Betrieb bei mir in der Nähe lag und ein sehr, sehr großer Betrieb ist mit einer großen Vielfältigkeit, da wir alles machen vom Bereich Fenster über Treppen, über Möbel, über Haustüren und eigentlich alles, was das Tischlerherz begehrt. Wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen, was euch meiner Meinung nach wirklich weiterbringt, dann sucht euch eine Lehre als Tischler und zieht das auf jeden Fall durch, weil es macht mega viel Spaß. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache.